Amadeus und Fidelio haben es Ihnen angetan. Kaffee ist Ihre Leidenschaft. Kochkünste auf Haubenniveau, Ihr Ziel? Schon mal an eine Ausbildung im Tourismus- oder Gastronomiebereich gedacht? Das BFI unterstützt Sie dabei. Bereiten Sie sich am BFI gezielt auf die Befähigungsprüfung für Fremdenführer und Fremdenführerinnen oder Ihre Lehrabschlussprüfung vor. Werden Sie Koch, Köchin oder starten Sie in der Reisebüro- oder in der Hotel- und Gastgewerbeassistenz durch. Neben Klassikern wie Reiseleitung, Counterkraft oder Rezeptionist, Rezeptionistin, können Sie am BFI auch topaktuelle Berufe wie Barista erlernen. Zusatzqualifikationen helfen Ihnen, Ihre beruflichen Aussichten zu verbessern und fördern Ihre Karriere. Vitalküche, Event-Catering oder Tourismuslogistik und Mobilitätsmanagement. Das und vieles mehr finden Sie im umfangreichen Bildungsangebot des BFI. Egal, ob Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse vertiefen oder ein Wein-Seminar buchen möchten, einen Servierkurs suchen oder professionell Cocktails und Trinks mixen wollen. Das BFI ist Ihr kompetenter Schulungspartner. Und damit Sie der Konkurrenz einen Schritt vorausbleiben, lohnt sich eine Investition in Ihre Weiterbildung. Nutzen Sie Ihr Kommunikationstalent und spezialisieren Sie sich auf effizientes Beschwerdemanagement. Werden Sie Hygieneprofi oder leben Sie Ihre Kreativität in Form von kulinarischen Highlights aus. Das BFI bietet Ihnen zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Wirtschaft braucht gut ausgebildete Fachkräfte. Daran orientieren sich die BFI-Angebote. Auf neue Anforderungen reagieren wir rasch und flexibel mit hochwertigen, erschwinglichen Kursen, berufsbegleitend oder in Vollzeit. Überzeugen Sie sich selbst, profitieren Sie von der jahrzehntelangen Erfahrung des BFI und punkten Sie mit einer BFI-Qualifikation. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020